Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Heute geht es mal um die Feinheiten und Geheimnisse und Tipps und Tricks zu den Schmieden. Denn da gibt es ein paar Sachen zu beachten, die ich auch erst im Laufe des Spiels verstanden habe und auch gelernt habe. Und ich zeige euch natürlich auch, wo es den Geheimschmied gibt für die Drachenverbesserung. Aber fangen wir erstmal an. Ihr solltet wissen, dass an jeder Region auf der Map verschiedene Schmiede sind und jeder Schmied hat seine eigenen Feinheiten. Wir sind hier zum Beispiel gerade in Batal und wenn ihr hier zum Beispiel zu einem Schmied geht und dort auf Ausrüstung verbessern geht, dann seht ihr, dass bei einer Ausrüstung hier oben rechts vermehrt auf normale Abwehr, also physische Abwehr und etwas weniger magische Abwehr dazu kommt. Und das Ganze könnt ihr auch oben sehen. Das nennt sich nämlich Batalisch. Ein Schmiedestil, der eine Erhitzungsmethode nutzt, den es nur in Batal gibt, erhöht Stärke und Abwehr, aber hat kaum Effekt auf Magie und Magieabwehr. Bedeutet, wenn ihr auf ein Magierbild geht, dann würde es auf jeden Fall wenig Sinn machen, den Schmied in Batal zu benutzen. Dagegen, wenn ihr in Wernwod bzw. in Vermund zum Schmied geht, dort bekommt ihr ganz andere Zusatz-Effekte. Ich zeige euch das einmal hier beim Schmied. Dort könnt ihr euch das auch einfach anzeigen lassen. Wenn ihr hier auf Ausrüstung verbessern geht, dann seht ihr oben Vermundisch. Ein Schmiedestil, der in ganz Vermund gebräuchlich ist, bevorzugt eine bewährte Methode, die alle Werte eines Ausrüstungsgegenstandes verbessert. Ist also sehr allgemein gehalten. Habt ihr also eine Waffe oder eine Depth, wo ihr beides erhöhen wollt, dann lohnt sich hier auf jeden Fall Vermundisch. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die ich euch zeigen will. Und das ist Elbisch, weil im Elbenwald gibt es ebenfalls einen Schmied, der eine ganz eigene Verbesserung hat. Hier unten ist der Schmied und dieser Schmied macht nur magisch. Bedeutet, wenn ihr Magier spielt, Erzmagier oder eine mystische Klinge oder irgendwas, was sehr auf Magie setzt, dann lohnt es sich auf jeden Fall in den Elbenwald zu gehen. Als Beispiel habe ich hier mal einen Erzmagierstab mitgenommen. Da seht ihr, habe ich komplett nur Elbisch, das ist dieser Baum, drauf gemacht. Und ihr seht, ich habe Magie von 819. Also richtig, richtig krass auf Magie gegangen. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch raten, wenn ihr auf Magier geht oder auch mystische Klinge. Ihr seht schon hier meine mystische Klinge. Habe ich einmal battalisch gemacht und zweimal vermundisch, weil ich das noch nicht wusste. Würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal anders machen für die mystische Klinge, weil ich da schon sehr viel auf Magie gehe. Und ja, so könnt ihr auf jeden Fall drauf achten, was ihr auf eure Waffen und auf eure Panzerung macht. Nachdem wir das durchgegangen sind, gehen wir jetzt einmal zusammen zum Geheimschmied. Das Ganze könnt ihr von battal aus machen. Bedeutet, ich starte jetzt hier bei der Ochsenkarrenstation. Und was ihr machen müsst, ist battal verlassen in Richtung Norden. Ich würde sagen, ich gehe den Weg einmal komplett mit euch, damit ihr wirklich 1 zu 1 nachlaufen könnt. Und springe da jetzt nicht einfach hin oder zeige euch nur den Punkt auf der Karte. Da wird das Video zwar 2 Minuten länger, aber ich denke für jeden, der genau den Weg sehen will, kann der dann einfach mitlaufen. Und ich muss sagen, der ist schon ein bisschen versteckt. Man kommt zwar mit der Hauptquest da hin, aber wenn man jetzt ein bisschen rumtrödelt, so wie ich, dann dauert das schon länger, dass man den trifft. Das bedeutet, für alle, die sich vielleicht auch nicht spoilern lassen wollen, ihr werdet jetzt nichts von der Story sehen, aber mit der Hauptstory kommt ihr ganz automatisch zu diesem Drachenschmied. Der wird euch sogar quasi mit einem Questmarker gezeigt, wo es ihn gibt. Bedeutet, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich will einfach mit der Hauptquest weitermachen und will mich jetzt hier nicht spoilern lassen, wo der ist, dann könnt ihr das machen. Und müsst dann jetzt im Prinzip gar nicht mehr gucken, wo es lang geht, weil, wie gesagt, kriegt ihr auch später mit der Hauptquest mitgeteilt. Aber ich glaube, für alle, die vielleicht frische Batar sind und vielleicht jetzt schon zu diesem Schmied wollen, ist das ganz cool. Hätte ich auch gerne früher gewusst, weil dieser Schmied macht schon viele coole Sachen. Nicht nur, dass er den vierten Slot macht, dass man mehr Stärke hat oder mehr Abwehr, sondern der halbiert auch die Ausrüstungslast von dem jeweiligen Item. Bedeutet, die Rüstung wird dann nur noch halb so schwer und bedeutet auch, dass ihr dann einfach mehr mit euch umhertragen könnt, dass ihr länger leicht seid und damit dann auch mehr Ausdauer habt in Kämpfen oder auch im normalen Fortbewegen auf der Welt. Ja, wir sind jetzt hier nach Norden raus und sind hier am Wasser angekommen und jetzt müsst ihr im Prinzip einfach am Wasser entlang. Ich werde ausnahmsweise die Gegner hier alle mal nicht machen, sondern einfach mal links liegen lassen. Normalerweise könnt ihr dann hier noch die Gegner besiegen. Mit dem Mager ist es eigentlich relativ easy oder mit dem Dieb oder so. Diese Steinechsen sind da schon etwas nerviger. Gehen hier oben lang. Und im Prinzip seht ihr es ja schon auf der Karte. Da ist ja ein Weg vorgegeben. Den laufen wir jetzt einfach weiter entlang. Übrigens eine Kleinigkeit, weil ich dazu glaube ich kein dediziertes Video machen will, deswegen schreibe ich es, äh schreibe ich es. Deswegen sage ich es einmal hier. Es kann passieren, dass einer der Vasallen, die ihr dabei habt, explodiert durch die Drachenpest. Das könnt ihr aber verhindern, indem ihr darauf achtet, wie der Vasall sich verheiratet. Wenn er deine oder eure Befehle missachtet oder Widerworte gibt und nicht mehr so mega höflich ist, dann fängt es an, dass diese Drachenpest einsetzt. Dann entweder einen fremden Vasall wegschicken oder euren eigenen Vasall umbringen. Das heißt eine Klippe runterstoßen und auch nicht wiederbeleben und dann erst an einem Stein wieder zurückholen. Und so verhindert ihr die Drachenpest. Bei mir ist die Hauptstadt schon einmal explodiert, deswegen ganz wichtig, dass ihr da aufpasst. Und wir sind auch schon beim Drachenspiel angekommen. Der ist hier in dieser Höhle. Also ihr habt gesehen, ich bin aus Batal raus. Einfach im Norden durch. Ihr könnt natürlich auch oben lang. Da müsst ihr aber durch eine kleine Höhle, würde ich nicht raten. Deswegen will ich schon rechts rum. Und dann seid ihr hier. Und bei dem Kollegen könnt ihr mit Lindwurmkristallen entweder Gegenstände tauschen. Hier Reisesteine, das ist ganz cool. Da werde ich auch mal einen holen. Und Zielkristall könnt ihr hier einholen. Und ihr könnt natürlich auch leveln, Ausrüstung verbessern. Und ihr seht schon, ich habe bei ein paar Stück schon die letzte gemacht hier. Und hier zum Beispiel am Hexenhut, würdet ihr sehen, würde ich nur noch die Hälfte an Gewicht bekommen. Und hier auch Hälfte an Gewicht. Den zusätzlichen Bonus bekommt ihr dann erst, wenn ihr auch wirklich alle vier Dinger voll habt. Und deswegen gibt es hier nur das Gewicht, das reduziert wird. Und nicht nochmal einen zusätzlichen Bonus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf meinen Vasallen gehe, da werde ich das gleich, glaube ich, auch machen. Mal erst mal zeigen. Seht ihr einmal hier die Kosten. 15 Lindwurmkristalle. Die kriegt ihr übrigens nur von Drachen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Drachen besiegen. Kleiner Top-Tipp. Nehmt einen Dieb mit dazu, der Stehlen hat. Dann kriegt ihr immer nochmal ein paar Items extra. Ist auch ein allgemeiner Top-Tipp. Immer einen Dieb dabei haben, der Stehlen mit drin hat. Der euch die ganze Zeit Sachen stiehlt. Und da seht ihr, kriegt ihr nochmal stärker dazu und nochmal weniger Gewicht. Das Ganze machen wir jetzt hier für 15 Lindwurmkristalle. Und so haben diese Dolche nochmal mehr Stärke. Und so könnt ihr das dann bei allen Items machen. Hier bei der Kapuze mache ich das auch mal. Gibt es schon nur 10, aber alleine wegen dem weniger Gewicht ist das schon sehr, sehr gut für den Vasallen. Und hier Waldläuferweste. Würde ich normalerweise nicht machen, aber hier für die, für das Video mache ich das mal. Damit ihr das einmal seht. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter, um stärker zu werden mit den verschiedenen Schmieden. Wenn ihr nichts von Dragon's Dogma verpassen wollt, dann gerne ein Follow da lasst. Schreibt doch gerne mal gerne unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Würde ich dir einfach gerne mal ein Let's Play sehen. Wie ich im Stream ein bisschen Dinge erledige. Ich bin auch gerade dabei Platin zu machen. Schreibt es gerne mal unten rein. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.